Hallo und ein herzlich willkommen zurück mit meinem Freund hier zu der Last Guardian zurück hier mit unserem kleinen Fratz. Ja, wir müssen uns hier weiter vorkämpfen. Hoffentlich keine Gegner mehr. Oh, die waren langsam lästig. Da muss ich irgendwas tun. Genau, einfach runterstürzen. Ja, ich weiß doch, lass es doch hängen. Du hängst dich halt nicht dran. Was machst denn du? Du kannst dich da also nicht dran hängen, sag das doch einfach. Mann. An jeder Kette kann man sich dran erhacken. Aber an sowas nicht. Mann, das Spiel verarscht mich. So, ich muss da oben hin auf hin. Was? Warum? Ja, ein bisschen Funktionen sind leider nicht so schön, aber gibt's halt auch. Mann, 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 Mann. Ich möchte nur denn da hoch. Bitte. Da hoch. Da hoch. Lass mich da hoch. Bitte. Oh, Mann. Oh, Mann. Mit... Genau, brächt dir... Brächt dir's Bein. Mann. So unlogisch. Ich will nur noch da hoch. Minne. Weiterklettern. Nö. Ich möchte doch nur da hoch. Nichts anderes. Ich möchte doch nur da hoch. Wenn er irgendwann nicht mal weiterklettert. Das finde ich so gemein. Ja. Oh, ich bin ja nicht oben. Gott sei Dank. So. Ist hier oben was außer... Ah. Dieser tolle Hebel. Der irgendwas öffnet. Was öffnet der? Er macht Feuern. Huh? Why? Und sonst macht er hier erstmal... Okay. Und dann? Weiter nach oben, oder? Kann ich die Kette nicht packen? Bringt die Kette nichts? Ich komme eh nicht zu dir rüber. Ah. Nee. Bringt mir aber... Gar nichts. Die Kette. Aha. Wow. Hahaha. Ja. Geschafft. Direkt auf ihn. Jetzt darfst du hoch. Komm. Mein kleiner Fratz. Hoch mit dir. Komm. Komm. Spring. Hoch. Ja. Ja, alles wird gut. Alles wird gut. Geh doch da hoch, wo du warst. Genau. Da hoch. Komm. Kriegst du hin? Ja. Komm. Hoch mit dir. Einmal da hoch. Du guckst wieder in die falsche Richtung. Du machst wieder was Falsches. Nein. Nicht da lang. Dreh dich um. Nein. Auch nicht da lang. Komm. Spring. Komm. Komm. Spring. Spring um. Gerade hast du es doch auch gemacht. Du machst immer was, wenn ich drauf bin, was anderes, wie wenn du alleine bist. Du weißt, wo du da lang musst. Warum gehst du denn nicht? Bitte. Oh. Oh. Und. Nein. Oder doch. Ah. Oh. Oh. Und. Und. Sprung. Yay. Nein. 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 Nicht fallen. Nein. Nicht fallen. Wo bin ich? Danke. Will aber nicht runterfallen. Boah. Ich müsste. Äh. Natürlich. Natürlich. Da kann ich mich festhalten. Hä? Bringt das mir was? Nein. Natürlich nicht. Ach ja. Wieso auch nicht? Autsch. Springt genau auf mich. Dass ich nicht sterbe. Natürlich hat es nicht gepackt, da hinzukommen. Och man. Wieso? Ich wollte nur da hoch. Wieder nur da hoch. Nur da hoch. Nur da hoch. Genau. Irgendwie da hoch. Aber bitte. Nein. Nein. Da lang. Bis die Befehle gemacht werden. Das dauert ein bisschen lang. Das ist leider. Das ist leider schade. Aber. Wir kriegen das noch hin. Eine Stunde später. Sind wir da. Eine Stunde später. Aber wenn wir eine Stunde später da sind. Eine Stunde später. Eine Stunde später. Ja. Komm. Das schaffst du. Los. Ich glaube an dich. Und. Komm. Ich glaube an dich. Ja. Und. Oh. Oh. Erstmal brauchst du dich wieder richtig hindrehen. Brauchst du erst wieder 10 Minuten. Sorry. Ich weiß. Und. Alle. Alle. Ob. Yeah. Au. Ja. Genau. Passt. So. So. Wie komme ich jetzt. Am geschicktesten. Darunter. So. Genau. Einfach runterfallen. So. Dann kann ich hier weiter. Sieh hier wieder unsere Freunde da. Was ist denn das? Springen. Ja. Ich weiß. Dass ich so springen kann. Aber. Was war das? Das war ein bisschen verbackt. Ein bisschen. Das sah ein bisschen komisch aus. So. Kann ich hier runter? Nein. Loslassen. Geht doch. Zack. Und. Zack. Und. Zack. So. Wo bin ich denn nun? Muss ich jetzt einfach mich runterfallen lassen? Oder. Ist da eine Leiter? Ah. Da ist eine Kette. Ja. Kette. Was ist das? Leuchtet so komisch. Das ist wieder so ein komischer Geruch. Nein. Untergefallen. Einfach so. Wieso? Ah. Da kann ich aufmachen. Gut. Und. Zack. Auf geht's. Oh. Der Geruch. Hier so ein Geruchseimer. Was hat es mir jetzt gebracht? Aufheben. Ja. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt hier reinlocken? Oder? Guck mal. Ich habe einen schönen Topf. Ich habe einen schönen Topf. Kann ich jetzt mit dem Topf machen? Muss ich ihn jetzt da hoch bringen? Ich habe einen Topf mit schönem Luft, mit schönem Duft, denn der hat Luft. Muss ich ihn nach oben bringen? Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es einfach. Einfach nach oben, nach oben, denn da kommt mehr von oben, denn da wird man dich loben. So, warte mal, ich stelle mal kurz mal ab. Kann ich das jetzt hier aufmachen? Ja. Kann ich. Gut zu wissen. Kann ich das auch aufmachen? Zack. 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 So. Den Topf. Magst du den haben? Schenke ich dir. So. Was soll ich tun hier? Und ich habe zwar hier alles aufgemacht. Ah. Ich glaube, ich verstorre das Ding. Hoppa. Ich muss den Topf da hinhangen. An die Kette. An die Kette muss ich den Topf hinhängen. An diese tolle Kette. Da werden wir das hinhängen. 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 So. Einmal hoch. Zweimal hoch. Das ist doch der Wahnsinn. Gefäß. Nein. So. Gefäß hinhängen. Gefäß hinhängen. Nicht schmeißen. Ich drücke genau den Knopf. Oh nein. Er schmeißt hin. So. Geht doch. Jetzt. Ah. Jetzt macht er wahrscheinlich was. Weil der Geruch da ist. Ja. Oh ja. Schöner Geruch. Zieh. Zieh. Komm. Ja. Fast. Ja. Du spielst damit. Ich weiß. Ah. Ich muss dann durch. Sobald. Es auf ist. Wow. Das war knapp. Voll zermatscht. Da ist wieder das zum Essen drin. Den werden wir auf jeden Fall mal rausnehmen. Und. Zack. Komm. Halt nicht. Halt nach oben. So unterschiedlich. Mal nach oben. Mal nach unten drücken. Ist auch cool. So. Erstmal. Das für dich dann nachher. So. Dann. Müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit dem Ding hier tun. Die Frage ist was. Ich schiebe es mal hier hoch. Da oben muss es sicher irgendwas tun. Aber nur was. Wir werden es sehen gleich. Ja. So. Und jetzt. Was kann ich noch tun hier. Außer. Nichts. Das spielt zwar mit dem Ding rum. Aber bringt mir eigentlich auch nichts. Kann ich das jetzt wegschieben? Ich kann es auch nicht mal wegschieben. Okay. Das bleibt dann hier oben auf jeden Fall. Kann ich auch nichts mehr tun. Ist losgelassen, hä? Nur. Was nun? Was kann ich tun? Das ist die Frage. Eigentlich gar nichts. Bin jetzt hier gefangen. Hm. Rätsel über Rätsel. Rätsel über Rätsel. Also selbst wenn ich das jetzt. Au ja. Genau. Packe. Was bringt mir das? Ne. Das bleibt hier oben. Das bleibt hier oben. Das kann ich nicht mehr. Verbiegen. Ja und jetzt? Jetzt müsste ich wissen, was ich machen muss. Ja. Ja. Da hoch komme ich ja nicht. Kann ja nur sein, dass ich zurück muss, hä? Ja. Spiel damit weiter. Spiel damit weiter. Komm. Spiel. Das verarscht mich. So. Andersweitig. Komme ich sonst hier nicht weiter. So. Komme ich sonst noch andersweitig darüber? Nein, hä? Kann ich auch nichts tun. Was kann ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist oben. Das kann ich auch nicht mehr verrucken. Verrucken nur. Hier kann ich. Das ist da drüben. Komme ich auch nicht weiter. Ja. Komm. Mach nochmal auf. Muss nochmal durch. Lass mich durch. Lässt er jetzt auch noch los. Boah. Wer immer genau das macht, was ich nicht möchte. Ich kann das nicht umändern hier. Ich kann höchstens. Au. Genau. Aha. 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 Ich glaube, ich habe es. Sobald das Tor weiter oben ist. Komm. Komm. Spiel auch wieder damit rum. Ich gucke dir ja nicht mehr zu. Spiel mit dem Ding rum. Genau. Spiel mit dem Teil rum. Die Krise. Jetzt mach das nicht mehr. Mach mich fertig. Kollege. Ja. Ja, genau. Mit dem Ding rum spielen. Bitte heute noch. Ich muss das Ding runter kriegen. Ja, nochmal. Komm. Nochmal. Bitte. So. Passt. Wir können weiter. Komm. Guck mal. Essen für dich. Guck mal. Essie. Essie, Essie. Darauf musst du erst mal kommen. Das ist zwar ein simples Riesel, aber darauf musst du erst wirklich kommen. Komm her. Ich habe hier Essen für dich. Guck. Essen. Sag mir nicht, ich spiele das gleich wieder mit dem Ding rum. Das erste Topf noch wegmachen. Okay. Schon gedacht, dass ich jetzt auch noch den Topf wegmachen muss. Die Maschine im Duft. Dann ist es halt nicht. Bist du mir sonst eingeschmissen. Dann schmeißt er mich wieder runter. Das ist der Hammer. Oh, Mann. Ja? Du hast keinen Hunger, hä? Kollege. Du hast echt keinen Hunger. Jetzt bleib auch so, bis ich oben bin. Wieso sollte man auch so bleiben, hä? Oh, geil. Ei. Pst. Pst. Da hin. Guck da vor. Genau. Komm. Los. Wir müssen weiter. Genau. Da lang. Da lang. Genau. Komm, Rico. Und los. Weiter geht's. Da vorne geht's in die Freiheit. Mal wieder. Jetzt tun wir das mal. Gehst du oder gehst du nicht? Das ist die Frage. Muss ich alleine gehen? Vielleicht macht das so nicht. Ich muss ihm immer Befehle geben. Komm. Los. Spring. Ja? Genau. Da lang. Und hopp. Ja. Brav. Und da sind Spiegel. Diese mysteriösen Spiegel sind wieder hier. Okay. Was machen die hier? Da macht die. Da komm. Müssen wir weiter. Komm. Der hat Angst vor den Spiegeln. Ist das irgendwas? Komm. Dahin müssen wir weiter. Scheiß auf die Spiegel. Den muss ich hier irgendwas noch tun. Komm. Müssen wir weiter. Ja. Und. Alle. Hopp. Hä? Was ist los? Hast du Angst? Okay. Ich muss. Okay. Was kann ich denn hier tun? Wird er trotzdem irgendwas machen? Oder? Wahrscheinlich muss er trotzdem wieder hoch. Das braucht nur seine Zeit. Ich kann ja sonst gar nichts tun. Oh mein Kleiner. Beruhig dich. Ich bin da. Ich bin da. Alles gut. Ja. Böse Augen. Ich weiß. Das sind richtig böse Augen. Ja. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter einfach. Komm. Du kannst es auch einfach kaputt machen. Kriegst du aber nicht kaputt. Hier ist er sonst nichts. Hier ist er sonst nichts. Komm. Sprich einfach dran vorbei. Einfach dran. Nein. Was machst denn du? Warum gehst du wieder zurück? Das verstehe ich manchmal nicht. Kann ich nicht kaputt machen? Aua. Genau. Kann ich nicht kaputt machen so. Krieg ich nicht so kaputt. Aber ich kann ja sonst nichts machen. Also musst du weitergehen. Ich bin doch da, mein Kleiner. Jetzt geh doch einfach weiter. Ich bin da. Alles gut. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin bei dir. Ja. Komm. Komm. Einfach weiter. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Komm. Können wir jetzt nun weiter? Ja, es ist Glas. Ich weiß. Aber es macht nichts. Du kannst ruhig weitergehen. Ich weiß, Glas. Kann ich irgendwie was anderes tun? So, jetzt ist es was anderes, oder? Komm. Mach's kaputt. Ah, ich kann's angreifen lassen, oder? Das ist da, Angreifen. Komm. Das Glas. Macht er da doch was oder nicht? Hm. Greif's an. Hab doch keine Angst. Ich verstehe es halt nicht, dass es dann halt das Spiel keinen Tipp gibt oder so. Man steht jetzt hier rum. Besucht alle Knöpfe. Aber. Leider. Wird nicht gesagt, was man tun soll. Ja, toll. Du krass. Der Wahnsinn. Du könntest einfach da hoch springen und scheißt. Egal. Okay, es wird so nichts. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja halt auch nichts tun an den Dingern. Ich kann sie auch nicht wegschieben, oder so. Nichts. Hier ist ja sonst nichts mehr. Hier ist Wasser. Na komm. Jetzt komm. Ne. Geht da nicht. Hab mir auch nicht gesagt, was tun. Was ist das hier? Aha. Ah, da waren auch mal solche Figuren. Ich glaube, ich muss damit einfach abschmeißen. Hm. Na, vielleicht. Vielleicht. Und. Oh. Dein Ernst. Nur damit ich dann durchkomme, weißt. Und hier, Klaas, es gibt sieben Jahre Pech. Sieben Jahre Pech gibt das. Wegen dir habe ich jetzt sieben Jahre Pech. Ist jetzt besser? Wahrscheinlich. Endlich besser, hä? Ja, ist kaputt. Alles gut. Ist nur Glas. Siehst du? Nur Glas. Was? Springen. Da hoch springen. Mein Freund. Genau. Da lang. Komm. Und alle. Hopp. Und hopp. Und hopp. Yeee. Ja, schön. Und weiter. Komm. Mein Kollege. Komm. Geht's wieder in die Freiheit. Los. Die Frage geht da. Ah, macht. Okay. Nein, ich muss runter. Okay, dann gehe ich halt zu Fuß weiter. Wenn du mich tragen möchtest, dann gehe ich halt zu Fuß. Aha. Oha. Oha. Was ist das hier? Okay. Das haben sie ja aufgebaut. Eine Ritualstätte oder so. Gute Frage. Krass. Aber das, meine liebe Freunde. Werden wir in den nächsten Part herausfinden und anschauen. Denn es ist schon wieder soweit. Dann lasst einen Daumen, Kommentar da und bis zum nächsten Part. Ciao. Wow. $2,1. $2,1. $3,1. $3,2. $3,2. $3,2. $3,2. $3,2. $3,2. $4,3. Vielen Dank.